Seit dem letzten Treffen hier auf dem China-Marser-Harmonyplatz ist unendlich viel passiert, viel Furchtbares passiert und ich hätte eure Nähe gebraucht. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns heute am 1. Samstag im Monat wiedersehen und wir mit euch uns daran erinnern, warum überhaupt wir hier sind. Die Protestbewegung im Iran, die Frauen, die um ihre Freiheit kämpfen, mögen erschöpft sein, vom Regime mit rakanischen Strafen bedroht, aber ihren Traum von einem freien Iran haben sie nicht aufgegeben und sie wollen sich nicht beugen, riskieren mit ihrem Protest Leben und Freiheit. Wir trauern um den Tod der 16-jährigen Amita Garawan, die von der Sittenpolizei bewusstlos aus der U-Bahn getragen wurde und nach Wochen im Koma im Krankenhaus verstarb. Wie groß aber die Angst des Regimes vor dem Protest auf der Straße geworden ist, zeigt sich allein daran, dass sie das Krankenhaus, in dem Amita lag, komplett abregelten und nicht einmal die Familie zu ihr ließen, um ein Wiederaufslammen der Proteste im Keim zu ersticken. Und zugleich wurden die beiden Journalistinnen, die über den gewaltsamen Tod von China Massa berichtet hatten, Niloufar Hamadi und Elahe Mohammadi in einem der Iran-üblichen Schauprozesse zu zwölf und elf Jahren Haft verurteilt. Ihnen, wie auch allen anderen politischen Gefangenen im Iran, gilt unsere Solidarität und unsere Hoffnung, dass die Zeit auf der Seite Wehre steht, die sich gegen die Theokratie der Mullahs zur Wehr setzen. Kein Zweifel besteht wohl auch daran, dass das Massaker der Hamas vom 7. Oktober vom Iran auf orchestriert wurde, mit Waffen, Geld und Techniken der Kriegsführung. Eine Kriegsführung, die sich nicht gegen eine andere Armee richtete, sondern gegen Menschen, die sie dort zufällig antrafen, weil sie dort lebten, arbeiteten oder tanzten, die sie vergewalteten und bestialisch ermordeten, die sie verschleppten und seither in unterirdische Gängen gefangen halten. Während aber in den arabischen Ländern, ebenso wie im Iran, Massen auf die Straße gebracht werden, um gegen den großen Satan, die USA, wie auch den kleinen Satan, Israel, Tod und Teufel heraufzubeschwören, blitzen hier und da doch funkende Hoffnung auf. Im Teheran zum Beispiel, wo vor dem Seminargebäude der Uni eine israelische Flagge ausgelegt ist, als Fußabtreter, sieht man diese Tage nicht wenige Studenten, die über die Flagge hinweg springen oder sie seitlich umgehen, um sie nicht betreten zu müssen. Und als die Knüppelgarde des Regimes, die Basic vor zwei Wochen bei einem Fußballspiel des Traditionsvereins Persepolis mit Palästina-Flaggen aufriefen, skandierte das Publikum, steckt euch eure Palästina-Fahnen in den Arsch. Auch hier bei uns in Berlin, ebenso wie andernorts, sehen wir auf den Kundgegungen gegen Antisemitismus immer wieder auch iranische Flaggen, geschwenkt von Iranis, die sich nicht von den Kriegstreibern vereinnahmen lassen wollen. Und von der iranischstämmigen Israelin Liras ist zu erfahren, dass sie nahezu täglich Nachrichten und Videos von iranischen Frauen erhält, die zu ihrer Musik tanzen, ohne ihr Kopftuch aufzulegen, die Bilder von Demonstrationen posten, die mit ihren Liedern unterlegt sind. Ja, es ist wahr, die Despoten, die Kriegstreiber und Warlords scheinen übermächtig. Aber die Freiheit lässt sich doch wohl nicht ersticken. Die Revolution im Iran, so viel darf gesagt werden, sie ist nicht tot. Sie braucht unsere Stimmen und unsere Kraft. Und darum haben wir keinen Grund aufzugeben. Frauen leben Freiheit, free Palestine from Hamas, Slava Ukraini, Freiheit für alle politischen Gefangenen. Vielen Dank.